Ich begrüße euch sehr herzlich bei der Krampal Challenge Teil 3 oder 4 oder 5, ich weiß nicht, wer schneller war als ich, von den Nominierten. Die musikalische Begleitung übernimmt der Herr Geri Schuler und zwar mittels einer konservierten Einspielung, einem sogenannten Playback. Und ich würde sagen, los geht's! Der Krampal hat ein Führerbild in seinem Freizeitkeller und auf sein treues Hundekschader geb ich keinen Heller. Und schwarz-rot-braun ist durchgefärbtes Hirnes kleine Windung. Hüpp, hüpp, hurra, Deutsch-Österreich, erschlagene Verbindung. Aus einem Arsch wird heut kein Gesicht, das geht sich niemals aus. Und so wird aus dem Krampus im Leben kein Nikolaus. Na, ö, ha, heut das Bumstinatzl, den Krampus aber nicht. Weil sonst heißt's Ö, ha, heut das Bumstinatzl, jetzt haben wir uns verwört. Bitte nicht, geht's jetzt gescheit. Ich nominiere jetzt hiermit Frau Papsi Grompolz, Herrn Andi Salzbrunn und Herrn Georg Breinschmid. Krampal Challenge!